Ja, hallo meine Lieben, da sitzen wir nun rum und warten auf den Bauunternehmer. Zwischen neun und zehn sollte er kommen, jetzt kommen sie um elf. Aber das ist, denke ich, nicht nur in Thailand so, das hat man in Deutschland auch. Wir warten dann hier mal. Heute ist es nicht zu heiß, sehr stark so diesig, sagt man bei uns. Ja, sie sind doch noch zeitig gekommen. Sie meinten, sie könnten ja nicht so schnell fahren, weil man nur 90 fahren darf. Habe ich gesagt, da sollen sie früher losfahren. Das weiß man. Naja, das ist also unser Planungsbüro. Das heißt, das Auto, ein junger Kerl, sind alle sehr jung. Dann wird jetzt mal ausgemessen. Das ist ein junger Kerl, das ist ein junger Kerl. Daten aber auch wenn man ausgemacht. Nein, also, es ist ein junger Kerl. Das ist ein junger Kerl, du hast es zu sehen. Und dann haben wir jetzt so diemme knows. Ja, wir machen diemme. Das ist ein junger Kerl, der, das ist ein junger Kerl. Das ist und wir kuchen. Aber das ist diese, diemme schlafen, dass es auch ein junger Kerl. Und wir schauen, was wir aber nicht damit verraten und wir finden, Untertitelung des ZDF, 2020